Hallo YouTube! Geht weiter und wir wollten uns unsere Kräfte angucken. Alter, seh das mal an hier, ich bin ne Rakete! Hallo YouTube, auch von mir! Oh, das gibt Punkte! Naja, Schadenspunkte, ne? Ja, krass! Boah, guck mal, das ist die Leiste bei mir voll und jetzt kann ich Y voll. What? Guck dir das an! Alter, guck mal, ich kann hier so... Was ist, wenn du Y voll hast? Keine Ahnung, hatte ich noch nicht. Wenn du noch mehr Attacken machst jetzt? What? Dann bin ich ein Sturm! Aber wir können uns selber keinen Schaden machen. Das ist gut. So. Ich würde aber mal sagen, wir... Geh mal los! Geh mal gucken! Ey, das ist wie so ein... Wie so ein MMO! Ey, was hat denn dieses Spiel alles bitte noch? Ah, Telepotenz? Kann... Ähm... Ah, okay. Wir müssen looten. Wir müssen Kisten mitnehmen. Ah! Ja, es ist klar. Da war ja blau. Das heißt, das kannst du nur Buh machen. Wie kommst du Buh? Warte mal. Warte, ich muss X drücken. Da besteht Geschrie-Angriff. Ah! Ah! Okay, jetzt geht's los. Okay, es ist ein bisschen kompliziert, irgendwie. Okay. Easy. So. Ich habe mich teleportiert. Ah, okay, warte. Oh, ich muss mich beeilen. Die schießen auf nichts. Ja. Ich... Hilfe! Warte. Du musst da drauf stehen bleiben. Ja, aber die haben mich angegriffen. Und die schießen von drüben. Ja, warte, ich komm. Ah! Du musst stehen bleiben! Ja, ich habe die Fäsche-Taste gedrückt! Mann! Ich kann... Warte, 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 warte. Die schießen grad. Ich... Warte mal, ich muss mein Y voll bekommen. Los, mach jetzt mal den Y voll. Ich glaube, es geht nur, wenn du auf Gegner ziehst. Jetzt. Okay, weil dann kann ich... Warte. Ich will... Ich will rennen. Ich will doch rennen hier. Okay. Ich komme. Hättet ihr jetzt auch noch helfen können. Äh... Was war das? Bleib mal stehen. Bleib mal... Bleib mal... Bleib mal stehen. Hä? Ne, da drüben muss ich doch dann wieder... Gehirnbrand machen, oder? Ja, aber ich... Kann ich dich überfeuern? Ey, wie kann ich denn jetzt flitzen? Ach so, oder? Ey. Ich muss mal ganz kurz pausieren, der Hund, der ist schon wieder hier am... Wartet mal. Ich pause Sekunde. So, aber was... Was ist denn jetzt? Warte mal. Also, äh... Weiter geht's. Bitte? Ich komme halt nicht rüber zu dir. Kannst du auch nicht wieder so eine Eisbrücke hier machen? Da musst du aber Feuer machen. Äh... Ja, wow. Jetzt bin ich bei dir. Ja, warte. Ja, doch. Stell dich hier drauf. Das ist gut. Ah, okay. Und ich komme damit wieder rüber. Okay, warte mal. Was für eine Attacke war jetzt das Eisding? So. Äh... Andere Seite. Aua! Hä, hier schießt jemand von links? Den sehe ich aber nicht. Jetzt hat mein Y noch nicht voll. Ah! Ich bin ohnegefallen. Ich krieg mit meiner Attacke... Ich komme nicht rüber. Ich wollte rüberkommen. Also, ich wollte rüber. Aber... Ich komme nicht. Doch nicht. Ich sehe die Gegner hier unten nicht. Ich bin gleich wieder ripped. Oh Gott, ich bin nicht ohnegefallen. Ich fall hier immer runter, wenn ich hier bin. Hä? Ja. Genau. Mir fehlt mein normales Springen und so. Hey, Cody! I hold off the others here! Hey! 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 Ich muss halt auch sagen, ich mag Spiele in dieser Vogelperspektive, NICHT! Ich auch nicht. Nee, doch nicht. Okay, warte, wir müssen... Okay, die Nische! Sind die dahinter oder hier runter? Oh, das ist doch nicht. Oh, okay. Oh! Okay. Hier geht es nicht lang. Müssen wir lang? Ja. So. Junge, Junge. Oh Gott. Ähm. Äh, was müssen wir machen? Geh es mal weg, geh es mal in die Ecke, geh es mal in die Ecke. W-what? Hä? Hä? Ich hab keine Ahnung. Ach, nicht. Naja. Naja. So, jetzt kommt die ganze Gruppe. Ach hier, die Wand kaputt machen. Ah. 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 Oh Gott. Ich komme hier nicht durch. Ah. Ah, okay. Ah. Ah, okay. Ah. Alter, oh, schade. Was? Ich muss die Dinger hier kaputt machen. Oh, ich bin tot. Oh! Oh! Das war... Holla! Oh, damit habe ich jetzt so wirklich nicht gerechnet, ne? Ich bin jetzt so ein bisschen... Reicht für die Folge ein. Ja, eigentlich, ne? Oh Gott. Das wird jetzt hier Endboss. Äh, ich höre was. Nochmal tief durchatmen. Okay, lass mir noch einen Schluck trinken. Oh, let's go. Ja, wir machen doch gar keinen Schaden, oder was? Oh, das war erst... Hä, wir machen doch gar keinen Schaden. Oh Gott. Äh, ich verstehe es nicht. Brauche ich denn hin? Ah, müssen die Steine auf den drauf fallen auch? Ja, aber wir sehen doch nicht, wie die Ruder... Die kommen ja erst, wenn das steht. Der hat doch keine Lebensanzeige. Okay. Äh, ich habe es noch nicht gerafft. Hä? Äh, warte... Ah, hier kommen Leute raus jetzt. Warum auch immer. Was hat man gemacht? Keine Ahnung was. Neue Leute. Au. Ey, er muss die Dinger hier erstmal alle kaputt machen. Die ganzen... Die ganzen... Die Ketten... Genau. Dann muss er jetzt hier zu mir kommen. RIP. So, jetzt sind alle Ketten weg. Jetzt kann er ein Loch fallen, nehmlich, glaube ich. Mir aber auch. Ja, mir auch. Ja, mir auch. Oh, jetzt wüssten wir auf seine... Ah, jetzt auf seine Hände. Ah. Hilfe. Warte, ich gehe hier rüber. Das ist schon. Jetzt hat er drüben sich wieder festgehalten. Jetzt. Uh. Ah. So einen Bosskampf muss man erstmal verstehen. Ja. Ja. Oh Gott. Come on, Pons. Let's dance. Ich kann kein Schach. Oh, nicht. Oh, hier kommen ja noch andere. Ah. Äh, Springer. Äh, what? Den Springer, äh, den Reitern-Dingern da nicht mal. Aber, äh, ausreichend werden. Oh ja. Ich raff hier gar nix mehr! Ja, nicht so klar. Ich bin ohne gefallen. Fuck. Einfach draufkloppen. Ich weiß nicht mal grad, wo ich bin. Oben. Komm. Haben sie fast, komm. Die sind nicht mehr. Gott, ich bin doch ohne gefallen. Ah. Ich muss sagen, ich spame jetzt grad nur irgendwelche Knöpfe. Ja. Ja. Ich auch. Was ist das Publikum? Ja. Boom. Das ist das. Du. Lass? Ich weiß was ich machen. Ah, 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 ah! Oh. Wow, Entferenziert. Oh, mein Gott. Die können wir doch nicht umbringen. Du kannst mir erzählen, was falsch ist. Nein, nein, nichts falsch ist. Es ist großartig. Alles ist super großartig. Ich kann sehen, dass du nicht glücklich bist. Du brauchst einen Hügel. Ich glaube, du. Die Zeus. Aber ich bin Cutie, die liebende Elefante. Ich liebe Rose. Und Rose liebe mich. Ich will nicht sterben. Ich weiß, aber wir haben keine Wahl. Entschuldigung. Nein! Nein! Das wird gross sein. Oh, nein! Oh, das ist schade. Oh, nein! Oh, nein, Mei, sieh, 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 sieh! Sieh, 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 sieh! Oh, nein, ich hab hier wieder den Boden backt. Dann lass uns schnell mal hier hochgehen. Oh, nein, lass uns schnell mal hochgehen. Was? Ah, das ist so'n Ding! Ah! Wir müssen sie greifen. Warte. Warte. Wir müssen den irgendwo hin... So? So, wenn sie da ist, springe ich. Okay. Oder? Jaja, das... Sekündchen vor... Jetzt! Spring! Ah, noch ein bisschen eher. No, nein, jetzt... Okay, dann... Na gut, dann ist es halt jetzt dort hinten. Äh, jetzt! Spring! Oh nein, das Bein! Oh Gott! Wir sind Tierquäler! Oh nein, ich will das nicht machen. Ich will das nicht machen. Ich möchte das auch nicht. Ja, fühl dich ruhig so. Ich brauche eine Therapie. Oh nein, ich kann nicht. Das ist so schrecklich. Ich kann nicht. Ich will das nicht. Das ist echt gemein. Das ist wie als würde man ein Tier irgendwie was an... Wie böse ist das? Ich fühl mich so richtig schlecht gerade. Nein, nicht der Rüssel. Ihr seid... Ihr seid so böse. Oh Gott. Das Spiel, wir müssen. Ich weine gleich. Wir müssen das im Stream nochmal machen. Nein. 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 Das ist gut, honey. Ja. Ja, komm an, darling. Oh, cutie. Oh, are you okay? You're broken. I'll fix you. Oh, no, cutie. Poor cutie. Ich bin sorry. Ich bin so sorry, dass du dich schlugst. Nein. Mei, ich glaube, es funktioniert. Ja. Ja, sie ist schweig. Ja. Ja. Komm mal. All right, wir müssen nach unten gehen. Quick. Before sie stopt. This way. Come on. Oh, my gosh. Keep it going, sweetie. Oh, don't stop, darling. Come on, let it out. Oh, we're going to wait to you. That's right. Woo. Hold on. What? Why is the spell not breaking? I don't know. The tears should be the cure. Oh, no. Oh, gosh. We're stuck like this. No. Oh, no. No, that can't be. The tears should be the... What's this? Hey, Mei. Mei. Leave me alone. It's over. I think it's a letter from Rose. Listen. Dear Mom and Dad, I'm sorry that I did this to you. What? I know how to make everything good again. All you have to do is... I think this is it. This is the answer. Go on. How do we break the spell? All you have to do is... Oh! Ah! Not so fast. Hey, give that back. That's our letter. You're not ready for it. To earn this letter, you must work together. You must fix your relationship. Da-da-da-da. No, you idiot. Thanks very much. You just ripped up our only ticket out of here. Yes, I did. Into four pieces. You put them together, you get the answer. Oh, you thick-headed book. Pull it. It's time to dive deeper into your souls and collect the four letter pieces. Let's go! Hey, where are you going? Get him! Get the letter! What? Oh, my God. Let us go. This is abduction. No, this is Dr. Hakim's couples therapy. Prepare for the rollercoaster ride of your life. Give us... Da-da-da! Bravo! You referred to us instead of me. You're a team now. I know we're not a team, and we don't have time for this. Time. Good man. That will be our first topic. Aha! Now, do you give each other enough time? Okay. You know what? We actually... We don't. Yeah, because she is never at home. Excuse me? I'm working for both of us. I can't be in two places at the same time, can I? Oh, unless you want me to clone myself. Clone yourself? Oh, please don't be ridiculous. You think time is limitless. That's ridiculous. You have no sense of time. Aha! Cloning and no sense of time. Good insights. We're making progress already. Great. Get ready. Hi-yah! Woo! Oh, no. Da-da-da-da-da! Where are we? I have no idea. Anna! Oh, you're inside. Your family is Cuckoo Clown. What? Great. Man! You wish you could clone yourself. Now you can! Woo! Yeah! Oh! Hey, got it! With no sense of time, you will now be able to control time! Yeah! Oh! Oh! Look at that! Whoa! Whoa! Ha-ha-ha! Ah-ha! 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 Okay. Is that me? It's you and me. That's right! Oh! But as you can see, you're on parallel tracks, not connected to each other. You must follow these tracks and make them meet again. Remember that! If you succeed, you will be rewarded your first piece of the letter! Good luck! Woo! Where did he go? So, uh, why do we need to follow those wooden dolls? The book said we have to make the two meet. So what? Let's just do it! Okay! We can choose this letter to break the spell! Gut! Aber ich würde sagen... Aber ist dir mal... Ist dir mal aufgefallen, im Vergleich zur Größe von Rosie, wie klein das Buch ist? Ja. Das ist ja dann so ein Minibuch. Ich glaube, das passt sich halt einfach unserer Größe an, weil ich glaube, das war in der ersten Szene, hast du es gesehen und da war es ja größer. Das ist ja voll mini. Ja. Ich würde aber auch sagen, bevor wir jetzt in dieses Kapitel starten, das machen wir in der nächsten Folge. Ja. In Ruhe. Ich kann klonen und du kannst die Zeit manipulieren. Das wird ja ein Spaß. Ja. Ich freue mich jetzt schon. Aber allein der Einfallsreichtum... Ja, mega. Ja, die das. Ähm. Diese ganzen verschiedenen Fähigkeiten und so, dass das alles in ein Spiel passt. Ja. Wahnsinn, oder? Das ist... Also... Das ist irre. Ah. Ist einfach so gut, dieses Spiel. So, YouTube. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Mal gucken. Tschüss. Wir sehen uns. Mal gucken, was passiert. Bis dann. Tschüss.